Ökumene Liebe Brüder und Schwestern und liebe Besucher, das Thema lautet Ökumene, woher und wohin? Oder auch, warum wir als freie Bibelgemeinde kein Mitglied in der heutigen Allianz und Ökumene sind. Das möchte ich heute Abend begründen, ist also sehr wichtig, auch gerade für die Glieder unserer Gemeinde, das zu wissen und zu verstehen. In unserem Glaubensbekenntnis haben wir formuliert, dem Heiland treu, der Bibel treu, Allianz und Ökumene frei, aber mit allen wiedergeborenen Christen, gemäß Johannes 3, die geistliche Wiedergeburt ist hier gemeint, mit allen wiedergeborenen Christen in herzlicher Liebe verbunden. Ich möchte einiges heute sagen über die ökumenischen Entwicklungen bis hinein zur Allianz und Evangelikalen, auch etwas über die katholische Kirche, was sie eigentlich lehrt und warum alle Wege heute nach Rom streben, eine endzeitliche Entwicklung, wo sich biblische Prophetie erfüllt. Und ich möchte auch zunächst einmal etwas zitieren aus unserem Glaubensbekenntnis der Bibelgemeinde, wie wir bezüglich Ökumene und Dachverbänden es formuliert haben. Und zwar aus jahrzehntelanger, zum Teil bitterer Erfahrung heraus. Wir haben so geschrieben, wir glauben und erkennen, dass die Gemeinden in urchristlicher Zeit nicht in ökumenischen Zusammenschlüssen und Dachverbänden organisiert waren. Die einzelnen Gemeinden standen zwar in brüderlicher Verbindung miteinander, waren aber strukturell selbstständig und voneinander unabhängig. Sie wurden zusammengehalten durch Jesus Christus als Herr der Gemeinde, durch den gemeinsamen Glauben, durch die Briefe und Schriften der Jünger und Apostel und durch die brüderliche Liebe. Mit großer Trauer müssen wir feststellen, dass sich heute die meisten christlichen Werke, Dachverbände und Gemeindeverbände, auch im evangelikalen Bereich, in die babylonische Ökumene der Offenbarung 17, haben hineinziehen lassen. Und die Befolge davon auch viele der ihnen angeschlossenen Gemeinden. Wir glauben demgegenüber, dass sich biblisches und unbiblisches, Licht und Finsternis, Christus und Belial, nicht miteinander vermischen dürfen. Gemäß 2. Korinther 6, Verse 14 bis 20. Von allen ökumenischen Zusammenschlüssen und Allianzen halten wir uns daher fern. Wir versammeln uns in unabhängigen Gemeinden, sind allein Jesus Christus unterstellt und haben die Bibel als einzige Grundlage unseres Glaubens und Lebens. Zu anderen unabhängigen, bibeltreuen Gemeinden pflegen wir brüderlichen Kontakt. Soweit haben wir es in Gottsein formuliert. Ich freue mich, dass auch Geschwister aus anderen Gemeinden hier sind. Und das bestätigt ja, was wir geschrieben haben. Wir pflegen brüderlichen Kontakt zu allen wiedergeborenen Geschwistern in anderen bibeltreuen Gemeinden. Nun möchte ich zunächst von der Bibel her die Frage betrachten, was sagt Gottes Wort, was sagt Jesus Christus selber grundsätzlich zur Frage der Einheit. Ökumene ist ja diese Einheitsbewegung. Von griechisch Eukos, das Haus, auf das alle Eins seien. Und das ist auch gerade der meist missbrauchte Teilvers aus der Heiligen Schrift in Johannes Evangelium Kapitel 17 in Vers 21, 22. Da steht ja, damit alle Eins seien. Das steht dann groß bei ökumenischen Tagungen. Aber wer ist eigentlich Eins und wer ist nicht Eins? Und dazu müssen wir einmal lesen, einige Verse aus Johannes 17, diesem viel zitierten Kapitel, wo es um die Einheit geht. Um es gleich vorweg zu sagen, es gibt eine biblische Einheit und es gibt eine unbiblische Einheit. Die biblische Einheit steht in Johannes Evangelium Kapitel 17. Die biblische und die unbiblische Einheit steht in Johannes Offenbarung Kapitel 17. Einmal das Evangelium, einmal die Offenbarung. Immer ist es Kapitel 17. Interessant, ja. Gut. Und in Kapitel 17 des Johannes Evangeliums, wo es um die echte Einheit geht, das wird viel missbraucht für die falsche Einheit. Aber was steht wirklich da? Wer ist Eins und wer ist nicht Eins? Was ist echte Ökumene, um diesen Begriff einmal zu verwenden, und was ist falsche Ökumene, die heute fehlerführend ist? Nun, der Herr Jesus betet hier kurz vor der Kreuzigung zu seinem himmlischen Vater. Und jetzt wollen wir einmal sehen, wer Eins ist und wer nicht Eins ist. Ich lese nicht alle Verse, aber einige Stellen daraus. Der Herr Jesus sagt in Johannes 17, Vers 3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Erkennen heißt Gemeinschaft haben. Also nur die, die in wirklicher, völliger Gemeinschaft stehen mit Gott, mit Jesus, nur die sind eins. Mit dem Vater, mit dem Sohn, durch den Heiligen Geist und auch miteinander eins. Der andere nicht. Wer Jesus nicht erkannt hat, ist nicht Eins, gehört nicht zur Einheit. Und dann heißt es weiter in Vers 6, Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Sie sind des Herrn und sie haben das Wort Gottes bewahrt. Wer nicht das Wort Gottes bewahrt, ist nicht in der wahren Einheit oder Ökumen enthalten. Mit dem haben wir keine geistliche Gemeinschaft. Ihr Tisch ist schon auf der Erde. Wir leben mit allen Menschen friedlich zusammen, auch von anderen Religionen. Aber wir können keine geistliche Gemeinschaft pflegen. Mit Menschen, in denen ein anderer Geist wohnt, als der Heilige Geist Gottes. Darum geht es. Ich kann mit einem Moslem, das ist ja gar nicht weit weg von hier, das ist ja mittendrin schon, auch in Deutschland, gute nachbarschaftliche Beziehung pflegen. Aber ich kann nicht gemeinsam mit ihm beten. Es ist ein anderer Gott. Genauso bei allen Religionen dieser Welt. Der christliche Glaube ist keine Religion, sondern er ist die göttliche Offenbarung, die wir im Glauben beantworten, im vertrauensvollen Liebesantworten auf das Opfer Jesu. Es sind alles Religionen, außer dem christlichen Glauben, es ist keine Religion. Nur wenn man es natürlich soziologisch einsortiert, ja. Aber von seinem Wesen her ist der christlich-biblische Glaube die Antwort auf die Offenbarung des einzigen, wahren und lebendigen Gottes. Nun heißt es weiter, in Vers 8, die Worte, die du, Vater, mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen, ja, mit sich das Wort Gottes angenommen und haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Die Gläubigen, die das Wort Gottes angenommen haben. Und jetzt kommt der Kontrast zur Welt. Der Herr Jesus sagt, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Das ist die kleine Herde der Erlösten. Durch das Kreuz des Opfer Jesu auf Golgatha. Sie haben das im Glauben angenommen. Und dann überspringe ich einiges, es geht an einige Versen so weit, die Welt hasst sie, ja, das ist auch nochmal der Kontrast verstärkt. Und der Herr Jesus sagt dann, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Aber liebe Geschwister, heute macht man große Ökumenien sogar mit, bis hin zu Atheisten. Alle Menschen guten Willens. Hat der Papst gleich begrüßt nach seiner Einsetzung an Groß, hat alle Menschen guten Willens. Das ist das feimaurische Erkennungszeichen, ja, ich bin auch einer von euch. Und alles noch unter dem Mantel Jesu Christi. Es gibt so gewisse feimaurische Erkennungszeichen, Erkennungsbegriffe. Die Menschen guten Willens, das gehört zum Beispiel auch dazu. Und dann sagt der Herr Jesus in Johannes 17, Vers 17, Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit, niemand kommt zum Pfadern, außer durch jeden Johannes 14, Vers 6. Die völlige Absage an alle falsche Ökumenien ist das. Und dein Wort, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Ich habe gestern bei dem Thema der Gottesbeweis nachgewiesen, durch die tausenden Verse mit erfüllten Prophezeiungen, dass es das nur in der Bibel gibt. Allein das ist Gottes Wort. Es ist absolut vertrauenswürdig. Und das ist der Gottesbeweis und auch der Bibelgeweis. Ich habe das gestern ausgeführt unter dem Thema der Gottesbeweis. Und jetzt kommen diese bekannten Vers, die so viel missbraucht werden bei ökumenischen Konferenzen. Was sagt der Herr hier wirklich? Er sagt, ab Vers 19, ich heilige mich selbst für sie. Und Heiligung heißt Absonderung von der Welt und vom Unglauben. Damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das sind wir, die Nachfolger heute in weiteren Generationen, die das Wort hören. Und für sie bittet der Herr Jesus, und jetzt kommt es, damit sie alle eins werden, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins werden, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Aber ganz klar, nur die Wiedergeborenen nach Johannes 3, wo der Geist Gottes in Herzen wohnt, sind eins. Und das ist die unsichtbare Einheit, die über eine sichtbare Einheit hinausgeht. Wahre Ökumene ist ein lebendiger Organismus dieser Leibchristin. Die falsche Ökumene versucht, menschliche Organisationen zu errichten, durch große Zahlen, durch große Projekte, alles zusammenzuballen und möglichst viele Muskeln vor der Welt zu zeigen. Wir sind eine große Schar, aber der Herr Jesus sagt, die kleine Erde, die durch die enge Pforte geht, die auf dem schmalen Weg wandelt, und dass es wenige sind. So sagt der Herr Jesus in der Bergpredigt. Ich würde mich auch freuen, wenn alle zwei Milliarden Namenschristen, die man zählt, alle wirklich gerettet werden. Aber die allermeisten sind es leider wohl noch nicht. Nun, liebe Geschwister, soweit ich zu diesem viel strapazierten Kapitel Johannes 17. Aber es ist ganz klar, diese Ökumene kann niemals die ganze Menschheit gar umfassen, wie es heute propagiert wird. Oder auch nicht alle Namenschristen, sondern nur die wirklich wiedergeborenen. Und die sieht nur der Herr, der Herr sieht ins Herz. Er weiß auch, wer von uns gerettet ist und wer nicht. Der Herr sieht das Herz an. Wir sehen nur, was vor Augen ist. Ich habe euch folgendermaßen definiert, was der Unterschied ist zwischen wahrer und falscher Einheit. Ich möchte es zusammenfassen, so sagen. Wahre Einheit umfasst nur diejenigen Menschen, die an Jesus Christus glauben, die sein Wort als die Wahrheit behalten, die in der Welt aber nicht von der Welt sind und die daher von der Welt gehasst werden. So haben wir Johannes 17 gelesen. Falsche Einheit dagegen umfasst die ganze Menschheit, hurt mit allen möglichen Ideologien und Religionen und verfolgt diejenigen mit Zwang, Terror und schließlich Gewalt, die Jesus Christus als einzigen Herrn, Erlöser und Friedensbringer, die Treue halten. Das ist heute schon, auch bei uns schon fast so weit wieder. Wahre Einheit kommt zustande durch Missionierung und Evangelisierung aller Völker, durch den klaren Ruf zum rettenden Glauben und zur Lebensübergabe an Jesus Christus. Falsche Einheit umgeht diesen Ruf zur Bekehrung. Heute wird sogar auf Kirchensynoden der Kreuzestod, der Sühnetod, Jesu hinterfragt, ob der Sühne auch nötig gewesen wäre und so weiter. Ja, das wird alles schön ausgeblendet, damit möglichst viele Menschen ins Boot kommen, ohne noch irgendeinen Anstoß zu nähren. Aber der Apostel Paulus schreibt, das Treue ist ein Skandalon für die, die verloren gehen, für die Ungläubigen, ein Anschluss, ein Fallstrick, über den sie stolpern. Das ist eine harte Aussage, aber es ist Realität. Falsche Einheit umgeht also diesen Ruf zur Bekehrung, und zwar indem sie die Menschen abbringt. Zum Beispiel durch Fußballspiele jetzt wieder, ja, das ist ein ganz großes Abrengungsmanöver. Da geht wieder Millionen verloren, während die Leute alle nur auf dem Bildschirm stammen. Aber das ist nur nebenbei bemerkt. Aber falsche Einheit umgeht diesen Ruf zur Bekehrung, indem sie politische Probleme und Selbsterlösungsversuche einer sich als autonom verstehenden Menschheit in den Vordergrund stellt. Einer Menschheit, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen hat zu ihrer Rettung und die ihre Zuspitzung im Antichristen findet, der sie selbst in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Wahre Einheit duldet keine Irrlehre. Da wird immer alles anhand der Bibel geprüft und ausgesiebt, was nicht biblisch ist. Falsche Einheit duldet Irrlehre und fördert sie infolge der Vermischung der Ideologien sogar noch. In der Praxis besitzt die falsche Einheit eine dreifache Ausrichtung, die zur Diktatur des Antichristen führt. Erstens geschieht sie politisch auf ein Welteinheitsreich hin, in dem alle einerlei Meinung haben. Man spricht heute auch von Globalisierung. Sie geschieht wirtschaftlich durch ein einheitliches Weltwirtschaftssystem, Vereinheitlichung der Währungen und so weiter und so weiter. Ein System, in dem niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Mahlzeichen hat, nämlich den Namen des Tieres und die Zahl seines Namens, welche ist? Vers 666, Offenbarung 13. Und die falsche Einheit geschieht religiös, indem sich alles hin entwickelt auf eine Welteinheitsreligion, in der alle, die auf Erden wohnen, den Drachen, also Satan, und das Tier aus dem Meer, den Antichristen anbeten, alle, deren Namen nicht geschrieben sind, im Lebensbuch des Lammes das erwürget ist. Offenbarung 13, Vers 8. Wir sehen, man muss hier ganz klar die Geister unterscheiden. Ein Begriff ist heute sehr unpopulär, der heißt Absonderung. Absondern wollen die Grauere, alle wollen Harmonie und Einheit auf die Fahnen schreiben. Es gibt auch ein Magazin der Deutschen Magischen Allianz, das heißt Eins, aber Absonderung für irgendwelche Irrlehrer, das kommt so gut wie kaum noch vor. Wer sich anschließt, ist willkommen und dann hat er seine Sonderlehre und der, ja, und manchmal sind es wirklich gravierende Dinge, auch die werden heute schon toleriert und vielleicht sogar schon akzeptiert. Nun, absondern muss man sich aber laut biblischer Aussage von folgenden Dingen, oder auch Menschen, wenn die Menschen von diesen Lehren besetzt sind, von sektierfrischen, parteigeistigen Menschen, die irgendwelche Irrlehrer propagieren. Da gilt es sich abzusondern, damit auch derjenige oder diejenige zur Umkehr gelange. 1. Korinther 5. Absondern muss man sich von Menschen, die trotz mehrfacher Ermahnung unbußfertig auf ihren falschen Lebensstil und ihren Irrlehrern beharren. Gemäß Matthäus 18 ist eine stufenweise Vorgehensweise zur Ermahnung notwendig, um sündige Dinge aus der Gemeinde auszuschließen. Absonderung muss man sich, vor allem, wenn unbiblische Lehren über Jesus Christus vertreten werden, zum Beispiel die Gottheit Jesu geleugnet wird, die Auferstehung Jesu, das Sühneopfer am Kreuz Jesu, diese ganz zentralen Fragen, die dürfen überhaupt nicht strittig sein in einer Gemeinde. Wenn das jemand beginnt zu hinterfragen, dann muss man erst unter vier Augen reden, dann mit Zeugen und wenn alles nichts hilft, muss man auch ausschließen, um die Gemeinde von Sauerteig zu bewahren. Wenn das nicht geschieht, dann ist es wie bei einer Trinkwasserversorgung, liebe Geschwister. In einer Trinkwasserversorgung, was würde geschehen, wenn man jetzt nicht nur klares Quellwasser oder von sauberen Gewässern etwas hat, sondern plötzlich auch eine Abwasserleitung sich hineinführt, durch ein Rohr, was da versehentlich vielleicht ist oder absichtlich. Stellt euch vor, es wäre plötzlich im Trinkwassersystem auch eine Abwasserleitung, die da hineinfließt. Wäre alles verseucht, er würden Mikroben und alles mögliche Keime sich ausbreiten und Krankheiten und Seuchen überhand nehmen. Und so ist es auch, wenn man falsche Lehre und falschen Lebensstil in der Gemeinde Jesu toleriert und vielleicht sogar schon akzeptiert. Und das ist heute so, dass viele Kirchen schon unterwandert wurden, keine Kraft mehr haben, das Falsche abzusondern, auszusondern. Und wenn eine Gemeinde nicht mehr reformierbar ist, wenn sie schon überschwemmt ist vom Zeitgeist, von der falschen Ökumenisierung, von der Bibelkritik und von der Pseudocharismatik und anderen ihr Lehren, dann muss man sich von dieser falsch geistigen Gemeinde absondern selber. Also erst auftreten und von der Bibel her dagegen argumentieren, damit das nichts hilft, dann gilt es auszutreten. Viele von uns hier haben diesen Schritt auch tun müssen, in Gemeinden, die nicht mehr reformierbar waren. Ich sage es mit großer Trauer. Nun ist es so, es gibt verschiedene Arten von Ökumene. Ich möchte jetzt nochmal den Begriff definieren, damit wir nochmal wissen zum Thema. Also griechisch, Eukos das Haus. Ökumene heißt ursprünglich, die von Menschen bewohnte Erde. Man hat früher den von dem Griechen bewohnten Teil darunter verstanden, dann den von den Römern bewohnten Teil, das war ja sehr weit ausgebreitet. Und der Kaiser wurde im Röwischen Reich als der gute Gott der Ökumene, ihr Heiland und Wohltäter verehrt. Nach der konstantinischen Wende im vierten Jahrhundert hat sich ja dann die Volkskirche entwickelt, kann man sagen. Und alles ist hineingeflossen. Sicherlich, die Verfolgung hat aufgehört, größtenteils, aber dadurch kam die Verführung hinein. Man fragt sich manchmal, was ist wirklich besser? Die beiden Fausten, ja, Verfolgung, Verführung. Und bis heute haben wir das System der Volks- oder Staatskirchen, wo fast alle in unserem Land sich für Christen halten, ohne es wirklich zu sein. Das ist der größte Bedrug Satans. Jeder denkt, ich habe eben so einen Taufschein als Baby schon bekommen, jetzt bin ich ja Christ. Es wird den Leuten sogar noch eingeredet von der Obrigkeit, auch von der Geistlichkeit. Und die Bibel sagt aber nur, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, im biblischen Sinne nicht glaubt, wird verdammt werden. Matthäus 16, Vers 8. Ökumene, im Neuen Testament kommt der Begriff etwa 15 Mal vor. Etwa in Matthäus 24, Vers 14. Es wird gepredigt werden, diese Evangelium vom Reich in der ganzen Ökumene, in der ganzen Welt. Hier ist er positiv gebraucht. Es umfasst einfach den ganzen Erdkreis. Aber es kommt meistens negativ vor, gerade bezüglich der Endzeit. Bei der Versuchung Jesu kommt der Begriff vor, in Lukas 4, wo der Teufel dem Herrn Jesus alle Reiche der Welt, der Ökumene, gezeigt hat, damit er Macht über sie haben soll. Und wenn Jesus das angenommen hätte, wäre er nicht für uns gestorben und der Teufel hätte die Erlösung verhindern können. Deshalb hat der Teufel diese Versuchung gebracht. Hätte er jetzt schon das Reich aufgebaut damals und wäre er nicht ans Kreuz gegangen. Ökumene. Und es heißt in Lukas 21, Vers 26, über die Endzeit, die Menschen werden vergehen vor Furcht und Erwartung der Dinge, die kommen sollen, über die ganze Ökumene, die ganze Erde, den ganzen Weltkreis. Denn die Kräfte der Himmel werden in Zwang gekommen. Oder in Offenbarung 3, der bekannte Vers an Philadelphia, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über die ganze Ökumene, den ganzen Weltkreis. Und schließlich noch eine Stelle, Offenbarung 16, Vers 14, es sind Geister von Teufeln, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Ökumene, der ganzen Erde, sie zu versammeln, zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Also ihr seht immer diese globale Erscheinung, Ökumene, etwas weltumspannende. Ein ganz wichtiges Wort in der Endzeit. Heute wird der Begriff in folgenden Bedeutungen benutzt. Ich schließe mich hier der Definition von Wilhelm Adolf Wiesertuft an, dem ersten Generalsekretär des ökumenischen Rates der Kirchen, Weltkirchenrat, der sehr modernistisch-liberal sich entwickelt hat, Befreiungsbewegungen und solche Dinge unterstützt hat. Aber Wiesertuft war noch etwas gemäßigter, Erstaat 1985 und wies in einer Veröffentlichung 1967 auf fünf Bedeutungen des Wortes Ökumene hin. Erstens, zur ganzen bewohnten Erde gehörig und sie vertretend. Zweitens, zum römischen Reich gehörig und es vertretend. Das war früher. Drittens, zur Kirche als ganzes gehörig und sie vertretend. Viertens, die Beziehungen zwischen mehreren Kirchen oder zwischen Christen verschiedener Konfessionen betreffen. Und fünftens, Ausdruck des Wissens um christliche Einheit und des Verlangens nach ihr. Das ist heute eine besondere Bedeutung, dieses Einheitsstreben, auf das alle eins sein. Ich habe es ja schon von Jahren 17 beleuchtet. Heute wird gesprochen, sehr oft, von der sogenannten großen Ökumene. Die kleine Ökumene, da versteht man ja im klassischen Sinn zwischen evangelisch und katholisch und freikirchlich und vielleicht auch orthodox und so weiter, ja. Aber das ist die innerchristliche Ökumene, wenn man so sagen will. Aber heute geht es ja viel weiter. Und ich habe sowieso die Beobachtung gemacht, wenn jemand mal auf diesen ökumenischen Zug aufgesprungen ist, gibt es kein Halten mehr. Einer meiner früheren Lehrer, der ist auch aufgesprungen und inzwischen geht es bis in das Interreligiöse. Also erstmal ist es interkonfessionell mit Katholiken und so weiter und dann irgendwann kommen die Moslems hinzu, dann die Hindus, die Buddhisten und die Ahnengeisterverehrer. Das hat man ja in Assisi bei diesen sogenannten Friedensgebetstreffen der Päpste gesehen, der das miterlebt hat, dass man alle Religionen jetzt eingeladen hat, um für den Frieden zu beten. Der irdische Friede übersteigt alle religiösen Differenzen, also Unterschiede, wurde dort behauptet. Ist das wirklich so? Nein, man hat das erste Gebot übertreten und damit nicht den Segen, sondern den Fluch Gottes sich zugezogen. Und deshalb ist auch kein Friede. Sie sagen, Friede, Friede ist doch kein Friede. Und wenn sie ausrufen werden, Friede und Sicherheit, dann wird das Verderben über sie kommen. Lesen wir im Wort Gottes. Nur der Antichrist wird ein Scheinfriedensreicher richten, das aber auch zeitlich begrenzt ist auf 42 Monate, sagt uns die Offenbarung an Johannes. Nun, die große Ökumenie bezieht also Angehörige anderer Religionen ein, um den Begriff einmal so zu gebrauchen. Man hat zunächst die monotheistischen Religionen, die nur an einen Gott glauben, obwohl das nicht derselbe ist. Allah ist nicht der Vater Jesu Christi. Moslems lehren, dass Allah keinen Sohn hat, das wäre für sie eine Lästerung. Und wir lehren, dass Gott einen Sohn hat und der Heilige Geist ihn vertritt als der Tröster. Es ist ein Gott, aber in drei Personen. Das kann ein Moslem nicht begreifen, das übersteigt seinen Verstand, genauso wie auch bei den Zeugen Jehovas, von liberalen Theologen, die das auch alles ablehnen. Aber ich sage einmal, die Lehre von der Einigkeit Gottes, die ist nicht unvernünftig, sondern übervernünftig. Das ist ein Unterschied. Das übersteigt unseren Verstand, ist aber die Logik Gottes. Man zählt ja nicht 1 plus 1 plus 1 gleich drei, sondern einmal 1 mal 1 ist 1 in der göttlichen Potenzialität. Einmal 1 mal 1. Das ist die absolute Macht Gottes. Nun, diese große Ökumene, man hat zunächst gesprochen von der abrahamitischen Ökumene. Abraham, der Stammvater der Juden. Die Juden stehen uns natürlich da, das ist unsere Wurzel. Das ist ganz klar. Christen und Juden sind sehr eng verbunden. Aber alles andere nicht. Moslems, der Koran ist im 6. Jahrhundert nach Christus entstanden, als Reaktion auf ein falsch verstandenes, nestorianisches Christentum, das Mohammed vor Augen hatte. Kann ich jetzt nicht alles erklären. Da hat man Maria als die dritte Gottheit verehrt und solche Dinge. Und das hat er zu Recht abgelehnt, dabei hat er das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und nur gesagt, es ist nur ein Gott und er hat keinen Sohn. Fertig. Das ist die Hauptlehre des Koran. Total gegen Christus und gegen Christus heißt Antichristos griechisch, also antichristlich. Es ist aber nur eine antichristliche Strömung, nicht nur, nicht die einzige. Die abrahamitische Ökumene will also alle einige, die sich auf Abraham berufen. Juden, Christen und auch Moslems. Neuerdings auch Mormonen, da komme ich am Schluss noch zurück. Nun, dann spricht man aber inzwischen auch schon von der adamitischen Ökumene. Was heißt adamitisch? Wo kommt das her? Was denkt ihr? Adam. Man geht noch weiter zurück auf Adam. Adam heißt Mensch. Also alle Menschen gut und willens. Und dann hat man alle Religionen im Boot. Jeder Mensch ist ja, sogar Atheisten hat man schon eingeladen, jetzt zum Treffen in Assisi. Also alle Menschen, da gibt es überhaupt keinen Bremsen mehr. Das ist dann das heutige Verständnis von Ökumene. Also es ist ein totales babylonisches Chaos, kann man sagen. Das ist völlig unbiblisch. Und der Professor, die ich in meiner Studienzeit auch gehört habe, ich denke, du hast es auch gehört, und einige, die in Tübingen studiert haben, Professor Hans Kühn, ist ja sehr bekannt, ist ein Katholik, aber der hat solche Ringvorlesungen gehalten, wo man auch die evangelischen Studenten zum Teil hingingen, der hat ja die bekannte These aufgestellt, ohne Religionsfrieden kein Weltfrieden. Stimmt das oder stimmt das nicht? Vordergründig gesehen stimmt das. Klar, wir bekämpfen ja auch nicht irgendjemand mit Waffengewalt. Das wäre total verfehlt. Kreuzzüge, nein. Nein, Waffengewalt, nein, ganz klar. Aber man kann ja die Grundfrieden davon nicht so verstehen, dass man nicht mehr Jesus Christus bezeugt. Das wäre ein falsches Verständnis. Weil die Grundfriede kann nicht heißen, dass man alles relativiert, alles eilebnet, als ob das alles das Gleiche wäre. Versteht ihr? Das ist das falsche Verständnis. Politisch gesehen hat Kühn recht, aber geistlich gesehen ist diese ganze Theologie, die er hier vertritt, eine Katastrophe und ein Widerspruch zum ersten Gebot Gottes, wo Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft befreit habe, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ja, und damit sind wir auch bei einem Dokument. Ich habe das mal mitgemacht. Wer kennt das? Carta Ökumenica. Einige kennen es. Leitlinien für die wachsende Zusammenarbeit unter den Kirchen in Europa. Diese Carta Ökumenica, also ökumenische Karte sozusagen, wird als Meilenstein des ökumenischen Prozesses in Europa verstanden. Das wurde verunterschrieben sowohl von der Konferenz europäischer Kirchen, abgekürzt KEK, das ist ein Zusammenschluss evangelischer und orthodoxer Kirchen und unterschrieben vom Rat der Europäischen Bischofskonferenzen, also von der römisch-katholischen Kirche in Europa auch. Im April 2001 unterzeichnet auf dem ersten ökumenischen Kirchentag in Berlin 2003 wurde sie dann veröffentlicht. Und das Hauptthema ist die Verständigung und Versöhnung zwischen Kirchen, Kulturen, Völkern und Religionen in einem neuen Europa. Und jetzt merkt ihr, wie hier das Religiöse und das Politische zusammenfließen. Ich habe ja gesagt, politische Welteinheit, Wirtschaftseinheit, religiöse Einheit. Und dann kann der Antichrist kommen mit seinen falschen Propheten und der abgefallenen Kirchen, also Babylon, das ist ja nichts anderes als die abgefallenen Kirchen, die sich dann unter den Antichristen vereinigen, aber er wird sie dann abschütteln, wenn er es nicht mehr braucht, steht alles in Offenbarung 17 nachzulesen. Also praktisch sind diese abgefallenen Kirchen nur die, ich sage, Entschuldigung, wenn ich so sage, die nützlichen Idioten für den Antichristen, die Steigbügelhalter, die ihn auf das Pferd heben und wenn er dann nicht mehr braucht, dann kann er sie runterstoßen. Ich habe es bewusst so drastisch ausgedrückt, weil entweder wissen sie, was sie tun, oder sie wissen es nicht, aber es sind einfach nützliche Helfer, die praktisch hier die Vorarbeit leisten. Man sagt so im Volksbund. Nun, liebe Geschwister, das ist eine sehr dramatische Entwicklung und ich zitiere einmal aus dieser Charta Ökumenica, wer will, kann es gerne mal nachlesen, einige Stellen. Hier steht zum Beispiel drin, Zitat, Wir sind überzeugt, dass das spirituelle Erbe des Christentums, also geistige Erbe, eine inspirierende, anregende Kraft zur Bereicherung Europas darstellt. Aufgrund unseres christlichen Glaubens setzen wir uns ein für ein humales und soziales Europa, in dem die Menschenrechte und Grundwerte des Friedens, der Gerechtigkeit, der Freiheit, der Toleranz, der Partizipation und der Solidarität zur Geltung kommend sind. Die Fachleute haben schon die freimaurerische Handschrift wieder rausgehört. Und dann heißt es, wir verpflichten uns über unsere Initiativen zur Evangelisierung mit den anderen Kirchen zu sprechen, darüber Vereinbarungen zu treffen und so die schädliche Konkurrenz sowie die Gefahr zur Neuerspaltung zu vermeiden. Also, wenn evangelisiert wird, dann wurde von Absprache mit anderen Gemeinden, damit da niemand ins Gehege kommt. Es muss also alles abgesprochen werden. Und deshalb wurde zum Beispiel bei Pro Christ, an einem Abend, weiß ich noch, hat Patsani, wurde Patsani gesprochen über Okkultismus. Und da hat er so allgemein okkulte Dinge genannt. Da wird kein Wort gesagt über den Okkultismus, etwa in der katholischen oder orthodoxen Kirche zum Beispiel. Solche Dinge können ja nicht mehr gesagt werden. Das ist alles dann abgesprochen auf den kleinsten, gemeinsamen Nennern. Dann geht es aber noch weiter. Unter Punkt 11 heißt es in dieser Karte, die Begegnung zwischen Christen und Muslimen sowie dem christlich-islamischen Dialog wollen wir auf allen Ebenen intensivieren. Auf allen Ebenen. Insbesondere empfehlen wir, miteinander über den Glauben an den einen Gott zu sprechen und das Verständnis der Menschenrechte zu klären. Wir verpflichten uns, bei gemeinsamen Anliegen mit Muslimen zusammenzuarbeiten. Zitat Ende. Habt ihr das verstanden? Abrahamitische Ökumene nennt man das. Aber Abraham wird im Koran völlig anders dargestellt als in der Bibel. Dort ist nicht Isaac, der Seelispräger, sondern, wartet mal wer, Ismail natürlich, der Sohn der Magd. In 1. Johannes 2, 1. Johannesbrief 2, Vers 22 steht, Wer ist der Antichrist, wenn nicht der, der den Vater und den Sohn leugnet? Genau das tut unter anderem leider auch der Koran. Und da will man sagen, es sei der gleiche Gott. Man kennt die Bibel nicht mehr, beziehungsweise man hat sie bibelkritisch aufgelöst, relativiert. Und die Bibelkritik ist die Wurzel allen Übels. Gerade auch bei uns in Deutschland wurde schon seit Jahrhunderten fast exklusiv an den Hochschulen die Basis ist, genauso wie die Evolutionslehre an den Schulen. Eine Diktatur bezüglich der Meinung und der Wissenschaft. Ich gebe auch deutliche Worte, wie ihr seht. Ich sage immer, Gottesfurcht vertreibt die Menschenfurcht. Das ist mein einziger Trost, denn ich habe ja nie solche Dinge sagen. Aber das ist auch der wirkliche Trost. Nun, liebe Geschwister und liebe Besucher, ich möchte jetzt etwas sagen über die römisch-katholische Kirche. Das ist natürlich für uns hier in Deutschland das auffallendste und bedachtwärtsste Phänomen. Im Osten war es mir die orthodoxe Kirche. Bis zum Jahr 1054 war das eins, hat sich dann geteilt in Ost- und Westkirchen. Es gab aber immer schon unabhängige Gemeinden, die Waldemzer, die Hugelotten, dann später, oder auch natürlich der Teleformation, die nicht in diesen Systemen enthalten waren. Und wenn ich hier jetzt kritische Dinge sage bezüglich der Ökumene mit Rom und über die katholische Kirche, dann heißt das nicht, dass ich da mit den einzelnen Katholiken jetzt angreifen würde, sondern es geht um das römisch-katholische System als solches. Ja, das muss man ganz klar auseinanderhalten. Es gibt viele Katholiken, ich war auch katholisch bis zum 18. Lebensjahr, die kennen überhaupt nicht diese Dogmen, die man da alle glauben muss. Es gibt ja so einen dicken Katechismus und dann noch Gesetzbücher, die man an sich alle als Katholik und als Priester dann kennen muss an sich. Aber es gibt heute eine wachsende Zahl von Katholiken, darüber freue ich mich, die die Bibellesern danach glauben möchten. Aber es wird ihnen sehr erschwert in ihrer Kirche, weil da eben vieles hinzugekommen ist, was nicht biblisch ist. Ich möchte versuchen, in etwa 20 Minuten einmal die römisch-katholische Lehre zu entfalten, damit ihr wisst, worum es sich da handelt. Ich habe das auch in einer Vorlesung in einem Semester mal ausführlicher dargestellt, also ein viertel Jahr lang darüber gesprochen. Das versuche ich jetzt in einer Viertelstunde bis 20 Minuten zu machen. Die römisch-katholische Kirche versteht sich als der mystische Leib Christi. Sie bildet Christus nicht nur ab, sondern ist Christus selber in neuer Gestalt, wird gerade gesagt. Und Christus wird besonders wirksam in sogenannten eucharistischen Opfer. Das ist die Messe, wo die Hostie sich verwandelt in den Leib Christi. Im Materialiter, also materiell und nicht nur symbolisch, wird gelehrt. Und genauso auch der Wein in das Blut Christi, ganz wörtlich. Also jedes Mal wird das Opfer auf unblutige Weise wiederholt. Obwohl im Hebräerbrief, Kapitel 9 steht, dass Christus ein für allemal für uns gestorben ist und alles vollbracht ist. Aber so wird gelehrt. Und die Kirche sei der mystische Leib Christi, ihre Priester bringen immer wieder das Opfer da. Und nur wenn dieses Opfer empfängt, kann auch gereinigt werden und ist an diesem geistlichen Kreislauf der Kirche angeschlossen. Sie ersetzt auch Israel, wird gelehrt. Die römisch-katholische Kirche ist das Gottesvolk des neuen Bundes. Es wird gelehrt, die Tauf-Wiedergeburt, dass der Mensch schon ein Gotteskind ist bei der Säuglingstaufe. Dass also der Heilige Geist da schon in den Säugling einzieht. Und wenn er sich dann nicht von der Kirche trennt und in der Kirche bleibt, dann kann er eben auch, wenn er alle Sakramente schön einhält, dann in den Himmel eingehen. Bis hin zur letzten Ölung dann am Ende. Das ist also dieser Lebensweg des Katholiken und der Säuglingstaufe über die Kommunion und so weiter bis zur letzten Ölung. Der normale Katholik empfängt nicht alle sieben Sakramente. Es gibt ja noch die Priesterweile zum Beispiel. Ja, aber in diesem Kreislauf soll er bleiben, nach dieser Lehre. Es wird zum Beispiel gesagt, im katholischen Katechismus unter Nummer 1213, ich zitiere wörtlich, Durch die Taufe, nicht durch den Glauben, durch die Taufe, sagen sie, werden wir von der Sünde befreit und als Söhne Gottes wiedergeboren. Wir werden Glieder Christi in die Kirche eingefügt und an ihrer Sendung beteiligt. Die Taufe ist das Sakrament der Wiedergeburt durch das Wasser im Wort. Zitat Ende. Also ein sakramentalistisch-magisches Verständnis von rituellen Handlungen. Das ist ganz stark im Katholizismus. Es wird auch, oder wurde, in vielen Jahrhunderten die Heilsnotwendigkeit der Mitgliedschaft in der römisch-katholischen Kirche gelehrt. 250 nach Christus sagte der Kirchenvater Zyprian, ich sage es erstmal lateinisch, Salus extra ecclesia non est. Heil außerhalb der Kirche gibt es nicht, und zwar außerhalb der römischen Kirche. Und später im vierten Laterankeuzil 1215 wurde gesagt, es gibt nur eine allgemeine Kirche der Gläubigen, außerhalb von ihr wird keiner gerettet. Das hat man gegen die Waldenzer und andere so betont. Dann wird gelehrt, die katholische Kirche ist eine einzige. Und es kam allerdings eine Neuerung hinzu, und zwar im Zweiten Vatikanischen Konzil. 1962 bis 65. Ich war damals noch ein Kind, aber ich erinnere mich, damals war dieses große Zweite Vatikanische Konzil in Rom sehr feierlich mit vielen Kardinälen und Wirtenträgern. Und da haben sie unter freimaurischem Einfluss sich dem Modernismus geöffnet. Und deshalb gibt es heute viele Katholiken, die ausgetreten sind und sich in traditionalistischen Gruppen, etwa der Pius Bruderschaft. In Stuttgart gibt es auch eine Filiale, wo dann auch die alte lateinische Messe mit prachtvollen Gewänder gefeiert wird. Also noch katholischer, das ist praktisch der alte Katholizismus. Aber der Hauptstrom des Katholizismus ist auch unter freimaurischem Einfluss modernisiert worden, und zwar insofern, dass jetzt gelehrt wird. Die katholische Kirche umfasst nicht nur die, die Mitglied in ihr sind, sondern sie umfasst die ganze Menschheit. Das ist freimaurische Lehre. Der neue Humanismus, der integrale Humanismus, etwa eines Papstes Paul VI., da fängt es schon an, wir hatten auch schon Johannes XXIII., der Konzilspapst, es ist bekannt, dass er Freimaurer war, und eben die Menschheitseinigung, den Menschheitstempel, die Menschheitsbruderschaft verkündigt hat. Die Freimaurer lehren ja, alle Menschen werden Brüder, wo der sanfte Flügel weiht. Übrigens, die Europahönig der Herren soll das werden, aus Beethovens neuer Sinfonie. Nun, im Zweiten Vatikanischen Konzil wurde so formuliert, und da steht auch im Katholismus Nummer 845, die römisch-katholische Kirche ist der Ort, man höre genau hin, der Ort, an dem die Menschheit ihre Einheit und ihr Heil wiederfinden soll. Sie ist die versönte Welt. Zitat Ende. Katechismus Nummer 845, wer es nachlesen will. Und deshalb sind jetzt plötzlich, es war früher nicht so, jetzt auch die Angehörigen nicht-christlicher Religionen mit Berufen hin geordnet zu sein. Auch die Muslims. Es wird zum Beispiel über die Muslime gesagt, die Heilsabsicht umfasst auch die, welche den Schöpfer anerkennen, unter ihnen besonders die Muslime, die sich zum Festhalten am Glauben Abrahams bekennen, und mit uns den einzigen Gott anbeten, den Barmherzigen, der die Menschen am jüngsten Tag richten wird. Wir haben an den kleinsten gemeinsamen Nennern gesucht, aber Jesus Christus völlig beiseite gelassen. Es geht immer gegen Jesus Christus, diese falsche Dokumene. Gegen den biblischen Jesus Christus, muss man dazu sagen. Und über sämtliche nicht-christlichen Religionen heißt es, dass auch sie in Schatten und Bildern nach Gott suchen. Das stimmt allerdings, es gibt eine Gottesahnung, aber sie haben keine wirkliche Gotteserkenntnis. Katholisch heißt, das Ganze betreffend, allumfassend, was immer und überall von allen geglaubt worden ist, wird gesagt, die größte Kirche, in ihr ist Christus zu geben, die Fülle des Heils ist in ihr vorhanden, der Papst als der Besitzer des allergrößten Geistesströmens, der Vollmacht. Ist das wirklich so? Wenn das so wäre, liebe Geschwister, können nicht so viele Irrlieren mit darin sein. Der Papst erträgt folgende Titel. Bischof von Rom, Stadthalter Jesu Christi, Nachfolger des Apostelfürsten, Oberhaupt der Gesamtkirche, Patriarch des Abendlandes, Primas von Italien, Erzbischof und Metropolit der Kirchenprovinz Rom, Souverän des Staates der Vatikanstadt, Diener der Diener Gottes. Ja, das waren einige seiner Titel. Pontifex Maximus, der Oberpriester, aus dem Röbischen Reich übernommen. Und in der Bulle Unam Sanktam von Papst Bonifaz VIII. aus dem Jahr 13.2. wurde die Unterwerfung unter dem Papst sogar für heilsnotwendig erklärt. Da wurde gesagt, den römischen Papst sich zu unterwerfen, ist für alle Menschen unbedingt zum Heil notwendig. Das Erklären, Behaupten, Bestimmen und Verkünden wir. Wir großgeschrieben, also der Papst. Im Zusammenhang mit dem Kardinälen. Nun, 1870 wurde der Kirchenstaat politisch gesehen sehr beschädigt und dann hat man seine Macht nach innen gesteigert. Dann hat man da das Unfehlbarkeitsdogma verkündigt. Es wird also allen ganzes behauptet, wenn der Papst ex kathedral vom Lehrstuhl etwas verkündigt, das macht er nicht so oft, ja, aber wenn er das macht, dann ist das eine unfriedbare Aussage, die nie mehr zurückgenommen werden kann. Und liebe Geschwister, deshalb möchte ich behaupten, ist die römisch-katholische Kirche unreformierbar. Sie hat nämlich drei Dogmen schon verkündigt, die völlig unbiblisch sind. Und die können sie nicht mehr zurücknehmen. Welche sind das? Wer weiß es? Nun, zunächst mal die Unfehlbarkeit des Papstes selber. Wo steht sowas in der Bibel? Petrus hatte keine Nachfolger, ja, der Apostel Petrus, sind übrigens das Nachfolger für die Apostel eingesetzt worden. Der letzte war Johannes und danach gab es nur noch Älteste und Diakone, alles andere sind unbiblische Ämter, die heutzutage angemasst werden. Es gibt auch keine Landesbischöfe in der Bibel. Ja, das ist alles eine Erfindung aus späteren kirchenfürstlichen Systemen. Es gibt in der Bibel nur Älteste, Diakone und andere Dienste, Hirten, Evangelisten und so weiter, ja, das ist, aber, nicht diese ganzen Papstürmer und Kardinäle und solche Sachen. Und dieses Dogma der Unfehlbarkeit sagt also, dass das nie mehr revidiert werden kann. Und da hat er noch zwei weitere Dogmen, wurden verkündigt unter den Päpsten, und zwar im Jahre 1854 die unbefleckte Empfängnis Marias. Damit ist nicht die Jungfrauengeburt Jesu gemeint, sondern es wird behauptet, Maria selber, die Mutter Jesu, sei auch schon ohne Erbsünde unbefleckt empfangen worden. Es wird behauptet, sonst wäre Jesus ja auch nicht sinnlos gewesen, aber das stimmt nicht. Gott hat durch seinen Heiligen Geist Jesus vor der Erbsünde bewahrt und vor jeder Sünde dann ihm Kraft geschenkt. Und wenn Maria sündlos gewesen wäre, dann wären ihre Eltern auch sündlos. Und so geht man dann zurück bis Adam und Eva, das wäre die Konsequenz, dann wären ja alle Menschen plötzlich sündlos. Das ist eine völlig unlogische Konstruktion. Und das ist entstanden durch spiritistische Erscheinungen in Fatima und in anderen Orten in Lourdes, wo dann immer so eine Art Madolla erschienen ist mit Rosenkranz und gesagt hat, er soll den Rosenkranz beten. Und der Rosenkranz ist ein spiritistisches Gebet, wo man die verstorbene Maria praktisch anrufen soll. Ave Maria, ja, gegrüßet seist du Maria. Das darf man auf keinen Fall machen. Und die Bibel sagt, er soll keinen Kontakt haben mit dem Totenreif. Nur zu Gott beten, im Namen Jesu, nur zu Jesus beten, aber nicht zu irgendwelchen verstorbenen Heiligen oder anderen Menschen. Sogenannten Heiligen im katholischen Sinne. Und dann noch ein weiteres Maria-Dogma wurde verkündigt 1950. Maria sei leibhaftig zum Himmel aufgefahren. Wenn das jemand nicht glaubte, er soll die Bibelstelle zeigen, wo das steht. Es kommt aus dem Volksaberglauben, aber nicht aus der Heiligen Schrift. Und das sind noch einige der zusätzlichen Lehren, die zum Wort Gottes hinzugefügt wurden. Und warum ich das ausführlich bringe, weil heute eine zunehmende Zahl von Evangelikalen aus unseren Kreisen hin nach Rom umstrengt. Das soll der letzte Teil dann sein, der schockierende Teil als Belohnung, wenn er so lange durchgehalten hat. Ich hoffe, dass ihr dann auch schlafen könnt heute Nacht. Es ist jedenfalls so, zunächst noch mal einige weitere falsche Lehren, die im Katholizismus eingeflossen sind. Und viele davon auch in der orthodoxen Ostkirche. Und zwar bis zum Jahrtausend ist es ja identisch gewesen. Im Jahr 355 wurde beansprucht, der römische Bischof sei ja Papst. Später hat sich dann die Ostkirche davon allerdings abgetrennt. Hatten Patriarchen, die ganz Konstantinopel und auch in Moskau und so weiter. 375 n. Chr. wurde die Heiligenverkehrung eingeführt. In Wirklichkeit Götzendienst. Früher waren das römische Schutzgottheiten oder griechische, jetzt hat man irgendwelche Märtyrer der römischen Kirche als Heilige erklärt. Danach der Reliquienkult. Das heißt, irgendein Knochen von einem sogenannten Heiligen wird einbetoniert in Altäre. Und dann haben diese Altäre wunderwirkende Kraft, um die Ostkirche mit umzuwandeln. In der katholischen Kirchenzeit seht ihr viele solche Bilder und Knochen in den Altären. Das ist alles Magie, liebe Geschwister. Haltet euch fern von sowas. Auch in der Ostkirche ist das. Dann 431 n. Chr. wird Maria, die Mutter Jesu, als Mutter Gottes erklärt. Und zwar in Ephesus, wo ja früher Diana, die Diana der Epheser, verehrt worden war. Merkt ihr die Zusammenhänge? Die ersten Mönchsorten bilden sich 529 n. Chr. Übrigens nichts Neues, das gibt es schon im Buddhismus. Die Mönche gab es schon vorher. Dann die letzte Ölung wurde 550 eingeführt. Das Sterbessakrament vielleicht, wenn wir der Vistur ums dagegen. Dann 592 wurde das Fegefeuer erfunden. Fegefeuer nach dem Tod. Dass man nach dem Tod noch eine Art Deuterungszustand hat. Wenn man Geld einzahlt für die Verstorbenen, können sie schnell aus dem Fegefeuer springen. Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Hat ja Tetzel gesagt. Und Luther ist zu Recht dagegen aufgestanden. Gibt es den Ablass heute noch? Den Ablass gibt es heute noch. Hat sich nichts geändert. Da sind noch die weiteren Irrlehren zugekommen. Unfehlbarkeiten in die Marien-Dottmann. 688 nach Christus wurde behauptet, ein Kreuz aus Holz, Stein oder anderen Materialien könne angebetet werden. 715 begann man die Heiligen im Gebet anzurufen. 787 wurde die Bilderverheerung eingeführt. 1074 nach Christus erst, nach der Trennung von der Ostkirche wurde die Lehre verkündigt, die Priester müssen eh losbleiben. Der sogenannte Zölibat. Übrigens der Zölibat, nicht das Zölibat. Im Jahre 1100 wurden Seelenmessen für Verstorbene eingeführt. Gegen Geldzahlung natürlich. Und der Ablass dann 1115. 1208 das Rosenkranzbeten. 1215 die Wandlungslehre oder auch Transsubstanziationslehre, also die Umwandlung der Elemente in das Leib und Blut Christi. Dann 1246 Frohen Leichnam, wo also im Tabernakel die Hostie über die Felder getragen wird, um sie zu segnen, damit alles gut wächst. Auch ein gewisser Aberglaube. 1414 wurde dem Volk der Wein entzogen, beim Abendmahl gegen das Gebot, trinket alle daraus. Und so weiter. Also ihr seht, das ist alles bis heute noch in der katholischen Kirche verbreitet. Man hat davon nichts zurückgenommen. Ein Jahr vor seinem Tod habe ich in München bei einer Veranstaltung mit dem Kardinal Professor Leo Schäfzück ein Gespräch führen können. Er ist im Hohen Alter gestorben, war ein Berater von Benedikt XVI. Und er hat auch gesagt, aus katholischer Sicht, dass eine wirkliche Ökumene im Grunde illusionär ist, wenn nicht die evangelische Seite sich Rom annähert. Hat er also ganz klar zugegeben. Und er ist gegen eine Wischiwaschi-Ökumene, das war einfach alles relativiert. Er sagt, nein, es müssen klare Konturen bleiben, aber letztendlich geht es nur, wenn alle dann ins Katholische einmünden. Ich möchte euch das noch kurz zitieren, bevor ich auf die Evangelikalen eingehe. In seinem letzten Buch, einer Aufsatzsammlung mit dem Titel Ökumene, der steile Weg der Wahrheit im Jahr 2004, da schreibt er folgendes, dass man nicht die Frage nach der Wahrheit aufgeben darf in der ökumenischen Diskussion. Und da stimme ich ihm aus evangelischer Sicht völlig zu. Wir dürfen die Wahrheitsfrage nicht aufgeben. Kein Wischiwaschi, keine Ausgleichung der Gegensätze mit Billiglohn. Er sagt, der Anspruch der Wahrheit muss bis auf den Grund gehen. Und er sagt auch, diese gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre, die am 31. Oktober 1999 im Ausdruck unterzeichnet wurde, ist eine Augenwischerei, eine Übertübung der nach wie vor vorhandenen Gegensätze durch zwar gleichlautende, aber unterschiedlich interpretierbare Begriffe. Das sage ich jetzt hier nur für die Fachleute. Und Schechzig betont auch, dass die Schrift von Josef Kardinal Watzinger, dem späteren Papst Benedikt, der 16. Dominus Jesus, also Herr Jesus auf Deutsch, ganz klar gesagt hat, die Fülle des Heils ist nur in der katholischen Kirche verwirklicht und alle anderen Gemeinschaften, wir sind noch nicht mal Kirchen, auch die evangelische Landeskirche nicht, nach katholischer Sicht, sondern alle evangelischen Gemeinschaften streben auf die Fülle des Heils zu. Nur in Rom finden sie die Fülle des Heiligen Geistes. Diese Ansicht ist unaufgebbar nach katholischem Verständnis. Und jetzt lese ich noch ein Zitat von Schechzig, ist ein bisschen schwieriger Professionssprache. Er sagt, die Kirche wartet nicht mehr unbewegt auf die Rückkehr der evangelischen Gemeinschaften, sondern sie bewegt sich mit diesen zusammen auf eine noch deutlichere und vollkommenere Einheit hin. Damit ist aber gesichert, dass dieses vollkommene Einssein nicht außerhalb der katholischen Kirche, etwa in einer neuen Überkirche, geschehen könne, also nicht außerhalb uns, sondern dass dies in der katholischen Kirche vor sich gehen werde. Das Ziel ist also auch hier die katholische Kirche, aber der Weg ist nicht die Rückkehr zu ihr, sondern die gemeinsame geistige Bewegung und Erneuerung aller christlichen Konfessionen, eine Bewegung, die schließlich in die katholische Kirche einmündet. Das ist zwar gegenüber der Vorzeit eine neu entwickelte Auffassung, aber kein dogmatischer Bruch. Zitat Ende. Nun, für uns als evangelische Christen ergibt sich daraus die Konsequenz, dass eine solche Ökumene nur unter Preisgabe der biblisch-reformatorischen Wahrheit möglich wäre. Und das wird inzwischen tatsächlich von einflussreichen Kreisen im evangelischen und evangelikalen Bereich angestrebt. Es gibt eine wachsende Zahl heidlich geweihter evangelischer Pfarrer, die sich zu katholischen Priestern haben weihen lassen, weil sie dieses Amtspriestertum wollten. Es gibt eine wachsende Zahl liturgischer Gemeinschaften, hochkirchlicher Gemeinschaften im evangelischen Bereich. Es gibt eine wachsende Zahl Bekenntnisökumene, Anhänger, gerade in Tübingen, sitzt ja das Zentrum, ich will jetzt mal noch keine Namen nennen. Wenn man also sagt, sozusagen auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner machen wir jetzt Ökumene, so will ich es mal darstellen. Und letztendlich funktioniert das alles nur, wenn der Partner am Ende römisch-katholisch glaubt, denkt und handelt. Also man merkt, dass all diese Kreise sich immer mehr der römischen Theologie und Lebenspraxis annähern. Andersrum geht das nicht. Wenn der Evangelische sich nicht Rom annähert, dann muss man von einer Eiszeit in der Ökumene sprechen, was auch manche Autoren tun. Aber sobald hier ein Aufbruch geschieht, aber immer alle Wege führen nach Rom, dann ist diese Eiszeit überwunden. Ist das wirklich erstrebenswert? Ich bin nach wie vor überzeugt, dass Rom gemeint ist in Offenbarung 17, wo von der Frau auf dem Tier gesprochen wird, auf den sieben Hügeln, aus Puppe und Schalach, die die Heiligen verfolgt haben, wo Blut daran gibt. Man denkt ja an die Inquisitionen über Jahrhunderte. Und das heißt auch, ich wunderte mich, als ich diese Frau auf dem Tier sah, ich gebe sie jetzt frei wieder. Ja, warum wunderte er sich? Weil sie so religiös ist. Das größte religiöse System der Erde mit den meisten Mitgliedern. Und dieses arbeitet mit dem Antichristen zusammen. Offenbarung 17, könnt ihr das nachlesen. Ich muss jetzt mich ganz kurz fassen, ja. Aber jetzt möchte ich darauf eingehen, auf die Situation bei den Evangelischen und Evangelikalen. Das sind ja die konservativ-evangelischen bisher gewesen, zu denen ich mich auch viele Jahre gezählt hatte. Es ist nicht zu fassen, liebe Geschwister. Das Reformationsjubiläum im Jahr 2017, also 500 Jahre Thesenanschlag Luthers an der Schlosskirche zu Wittenberg, soll gemeinsam gefeiert werden. Ratet mal mit wem? Mit der römisch-katholischen Kirche. So also von der höchsten EKD-Kirchenleitung veranschlagt unter ihrer völligen Missbesetzung, sage ich mal, der Reformationsbotschafterin meiner früheren Studienkollegin Margot Kessmann. Und sie ist deshalb eine Fehngesetzung, weil sie wissentlich noch liberal und ökumenisch eingestellt ist. Und sie hat man zur Reformationsbotschafterin eingesetzt. Es ist also eine unscheinbare kleine Person immer gewesen im Studium, ist mir nie so aufgefallen. Aber wir haben uns öfter mal unterhalten. Aber wir sind völlig verschiedene Wege gegangen, das muss ich im Nachhinein sagen. Nun, Margot Kessmann ist eingesetzt als Reformationsbotschafterin. Sie leugnet die Jungfrauen über die Jesus, sie leugnet die Sechstage-Schöpfung, sie leugnet die Existenz einer Hölle. Und sie darf jetzt ein Grußwort sagen beim Christustag in Stuttgart. Früher hieß das Ludwig-Hofacker-Vereinigung, jetzt also Christus-Vereinigung. Und ein Grußwort zum Reformationsjubiläum. Es gibt Proteste dagegen, aber bis jetzt hat man diese Eindabe nicht zurückgezogen. Aber der eigentliche Skandal ist, man will die Reformation im Grunde rückgängig machen. Man will nur noch einen katholischen Luther heute haben. Und damit alle eins seien nach diesem falschen ökumenischen Verständnis. Und deshalb, liebe Geschwister, können wir nicht mit einer solchen Ökumene und auch nicht mit einer solchen evangelischen Allianz zusammenarbeiten, die solche Kompromisse schließt. Das werde ich jetzt im letzten Teil ausführen. Manche fragen, warum geht er nicht in die Allianz hier? Da muss ich sagen, wir haben nichts gegen die einzelnen Geschwister. Da gibt es sicher auch viele Gläubige. Aber sie durchstauen nicht, was von den Dachverbänden, von den ökumenischen Spitzenvereinigungen her läuft, wie das von oben her unterwandert und vermischt wird alles. Das ist das Problem. Das geschieht ja so unheimlich schleichend. Und der Einzelgläubige in den Gemeinden erfährt so gut wie nichts, wenn er nicht ein bisschen hinter die Kulissen blickt. Nun, was ist passiert im Jahr 2011 zum Beispiel? Da erschien ein Buch auf dem evangelikalen Buchmarkt mit dem Titel Lieber Bruder in Rom. Lieber Bruder in Rom. Ein ganz harmloser Lieber Bruder. Damals war es noch Benedikt. Jetzt ist es dann ein Jesuit übrigens zum ersten Mal. Papst Franziskus. Interessant, dass ein Jesuit sich Franziskus nennt. Es gibt ja den Jesuitenorten und den Franziskanerorten. Aber es gibt jetzt ja zwei Päpste, der Papst der Jesuiten und der Papst in Rom. Zwei Jesuitenpäpste praktisch jetzt. Der schwarze Papst und der weiße Papst. Sehr viel Einfluss. Und die Jesuiten stehen wofür? Für die Gegenreformation. In der Tradition von Ignatius von Loyola. Man will mit allen Mitteln die Reformation kaputt machen. Und alles zusammenführen in den Schoß. Roms und dann in den Schoß des Antichristen. Sage ich jetzt mal etwas gewagt. Ein bisschen vorsichtig muss man schon noch sein. Es ist natürlich nicht die direkte Absicht, aber es ist die Konsequenz von der biblischen Prophetie her. So meine ich das. Wer die biblische Prophetie kennt, weiß ja, was am Ende alles sich ereignet. Und in diesem Buch wurde also der Papst eingeladen, gemeinsam zu evangelisieren, wobei aber Rom etwas völlig anderes versteht unter Evangelisation als bibeltreue Christen. Evangelisation ist für Rom immer Zurückführung in den Mutterschoß der römischen Kirche. Weil die Kirche ja Christus ist. Mit ihren ganzen Erlehrern. Wohlbemerkt. Ist aber nicht Christus. Sondern, ja, eine hurrerische Zusammenmischung von Unvereinbaren. Es gibt biblische Elemente, es gibt unbiblische Elemente. Und das nennt die Bibel Vermischung oder Hurerei. Wahrheit und Lüge zu vermischen. Und das lässt sich so schwer durchschauen, dass selbst Leute, die auch schon wirklich evangelisiert haben, zu Jesus eingeladen haben, hier verblendet worden sind und haben in diesem Buchaufsätze geschrieben, ganz positiv an den Papst zum Beispiel. Er hat auch gute Botschaften zum Teil, ja, aber total ökumenisch wissen die Knochenleiter Ulrich Parzali von Pro Christ, hat da einen Artikel geschrieben. Oder auch Roland Werner von CVJM. Dominik Lenk, er nennt sich jetzt Prior in der Offensive junger Christen. Sind auch in den Orten aufgebaut. Obwohl die gute Dinge bezüglich Homosexualität sagen, da sind sehr vorderst davon, gegen die Genderideologie, auch viele Katholiken, ja, natürlich. Auf ethischem Gebiet gibt es da noch gute Leute dabei, sage ich gar nichts dagegen. Aber wir können nicht wegen der Ethik die Dogmatik vergessen, wegen der Moral die Lehre außer Acht lassen. Den Fehler machen leider manche. Und dann auch Christine Schirrmacher hat einen Artikel geschrieben von der Evangelischen Allianz im Vorstand, ja, ein Schwager und auch hier in Pforzheim davon, den kenne ich auch gut. Aber sie sind alle auf diesem Zug aufgesprochen, lieber Bruder in Rom in diesem Buch. Außen empfindet sich darin auch ein Beitrag von dem Verfasser der Gottesleisterlichen Volksbibel, Martin Dreyer, und auch von dem Dozenten am Theologischen Seminar St. Grishona, Dr. Werner Neuer, den ich von meiner Tübinger Zeit auch gut kenne. Wir haben damals Einsätze gegen Abtreibung gemacht in Tübingen. Aber er war schon damals sehr katholisch eingestellt und ist auch einer der wenigen evangelischen Theologen, man höre, die eingeladen werden zu dem Schülertreffen des Papstes nach Castel Gandolfo in dem Fehlensitz des Papstes. Das sind an sich nur zwei, Werner Neuer und Peter Bayer aus, von der Bekenntnisökumene. Sie sind immer wieder beim Papst eingeladen bei dem Schülertreffen. Werner Neuer hat einen total begeisterten Bericht geschrieben in Ideaspektrum, das ja auch von Helmut Matthies geleitet wird, der auch sehr ökumenische Einstellung hat, leider, und hat darum geschrieben, eine ökumenische Sternstunde sei das gewesen, als der Papst den Evangelischen so die Hand geweicht hat, sie umarmt hat und wo sie dann alle sich so in dieser Einheit gefreut haben. Ich habe bewusst vorher den Katholizismus dargestellt, damit ihr wisst, dass das alles gar nicht so harmlos ist. Dahinter steckt eine ganz klare Strategie. Aber das geht noch weiter. Evangelische Allianz, warum bin ich, warum sind wir da so kritisch? Am 28. September 2012 hat zum ersten Mal in der Allianzgeschichte ein katholischer Bischof, nicht nur ein Grußwort gesagt, im Zentrum der Deutschen Evangelischen Allianz, sondern auch einen Vortrag gehalten, in Bad Blankenburg, wer das kennt, ja, das ist ja das Zentrum. Ein Vortrag gehalten, der Bischof aus Erfurt, Joachim Banke. Und ich habe damals vorgeschlagen, in einem kritischen Beitrag auf meiner Homepage, dass sich die Evangelische Allianz spätestens jetzt umbenennen sollte in ökumenische Allianz. Ist ja nicht nur noch evangelisch. Zumal ja diese ökumenische Umarmungsstrategie immer weiter geht. Und zwar umfasst sie jetzt auch schon, wenn es nach manchen Allianzleuten geht, die Mormonen. Man höre und staune. Weiß man, was die Mormonen vertreten? Mormonen sind keine christliche Kirche, sage ich ganz klar. Ich war ja zehn Jahre lang Sekten- und Weltanschauungsbeauftragte einer privaten evangelikalen Vereinigung. Und da habe ich mich auch damit beschäftigt. Die Mormonen glauben, dass Gott ein aufgestiegener Mensch ist und dass wir Menschen uns zu Göttern höher entwickeln durch evolutionäre Prozesse. Das ist mormonische Hauptlehre. Da ist nicht Gott der absolute Schöpfer und hier die Schöpfung, sondern das ist alles ein Stufenprozess. Und das kommt aus dem Spiritismus. Das ist die Lehre der Höherentwicklung in der Geisterwelt, wie bei sämtlichen spiritistischen Sekten. Die haben alle die Evolution, die geistige Evolution in ihrem System. Ob es die Anthroposophie ist, die Mormonen, ob es das universelle Leben ist und wie sie alle heißen, finden immer diese spiritistischen Einflüsse aus der Geisterwelt. Und jetzt ist Folgendes passiert. Im Jahr 2011, ich zitiere aus der Baptistischen Ökumene-Zeitung die Gemeinde von den hiesigen Baptisten-Bund-Evangelisch-Reichel-Gemeinden. Da schrieb Klaus Rössler am 16.03.2011, Salt Lake City, nach Jahrzehnten der Gegnerschaft sind in den USA Evangelikale auf Mormonen zugegangen. Ja, so rum. Evangelikale auf Mormonen. Die Evangelische Allianz hielt eine Vorstandssitzung in Salt Lake City ab, Utah, in der Hochburg der Kirche Jesu Christi der Heiligen in den letzten Tagen, wie sie sie selber nennen. Dabei trafen laut einem Ideabericht führende Vertreter der Nationalen Evangelischen Allianz, die rund 30 Millionen Evangelikale repräsentiert, auch mit dem Gouverneur von Utah, Gary Herbert, einem Mormonen zusammen. Was auch noch passiert, der bekannte Evangelist, der auch viele gesegnete Dinge getan hat, Billy Graham, hat sich mit dem bekannten Mormonen Glenn Beck getroffen und das Treffen endete, man höre mit einem gemeinsamen Gebet. Ja, zu wem hat denn der Glenn Beck gebetet, zu wem hat Billy Graham gebetet? Ich muss das jetzt offen lassen. Georg Walter, der hier in der Nähe in Höfen wohnt, er betreibt eine Seite im Internet Distoros. Er schreibt hierzu Folgendes. Die offizielle Lehre der Mormonen ist unvereinbar mit der biblischen Christologie. Die folgende Aussage stammt von einer Webseite der Mormonen. Jetzt wieder ein Zitat von den Mormonen. Da steht, wer zum ersten Mal hört, dass Luzifer und unser Herr Jesus Christus Brüder sind, mag überrascht sein, insbesondere alle Personen, die die Offenbarung in der Kirche der letzten Tage nicht kennen. Aber sowohl die Schriften als auch die Propheten bestätigen, dass Jesus Christus und Luzifer tatsächlich aus dem Geschlecht unseres himmlischen Vaters und folglich Brüder im Geiste sind. Zitat Ende. Ja, es ist ja klar, es entwickelt sich alles höher, auch Luzifer wird irgendwann versöhnt sein, aber auch dann die Versöhnung des Alls am Ende natürlich, es mündet alles ein in den Kosmos der Liebe. Also auch da pflegt man jetzt Gemeinschaft. Auch extrem charismatisch, wir sitzen im Vorstand der Evangelischen Allgerns inzwischen, den ja einen Namen, Peter Wenz aus Stuttgart vom Kostelforum, und auch andere Richtungen, auch für Adventisten hat man sich geöffnet und so weiter. Also man fragt nicht mal nach den Lehrern. Man ist jetzt im gleichen Boot und man kann ja natürlich nicht mehr fragen, ist dieser Lehrpunkt richtig, ist jeder Lehrpunkt falsch, das wird alles so hintangestellt. Das ist die beste Voraussetzung für die Vermischung. Entschuldigung, jetzt weil ich ein bisschen länger werde, aber ich komme so ganz langsam jetzt zum Ende. Es ist aber so ein fassendes, wichtiges Thema, ich habe nicht oft die Möglichkeit, das in der Ausführlichkeit zu entfalten. Jetzt ist ja noch etwas ganz Gefährliches im Gange, liebe Geschwister. Man hat jetzt, man arbeitet jetzt daran und ist jetzt auch wieder ein großes Treffen geplant, man höre an einem Verhaltenskodex für die Christenheit, wie man sich verhalten soll. Im Umgang mit anderen Religionen, mit anderen Konfessionen soll ganz genau festgelegt werden. Bisher noch freiwillig, aber irgendwann mal als Zwang. Zusammen dann mit den Antidiskriminierungsgesetzen, sage ich schon mal. Allgemeines Gleichstellungsgesetz heißt ja. Und zwar arbeiten da auch führende Vertreter nicht nur an der römisch-katholischen Kirche und des liberalen ökumenischen Weltkirchenrates in Genf zusammen, sondern auch der evangelischen Allianz, der weltweiten evangelischen Allianz unter Federführung, zum Beispiel von Prof. Dr. Dr. Thomas Schirrmacher. Ein führender Mann, leider. Er hat in einer bibeltreuen Hochschule in Basel studiert und hat sich jetzt völlig in diese allianz-ökumenische Richtung entwickelt, völlig unbegreiflich. Er müsste an sich die Bibel doch kennen. Sein vordergründig gutes Anliegen ist, für Religionsfreiheit sich einzusetzen. Und das ist auch zu begrüßen. Und er setzt sich auch ein, und auch dieses Papier des Verhaltenskodex, dass man nicht mit Gewalt und mit Bestechung und ähnlichen Mitteln Bekehrungen erzwingt. Das geht natürlich nicht. Und da stimme ich auch zu, insofern, diesem Verhaltenskodex. Es heißt zum Beispiel, wenn Christen oder Christinnen bei der Ausübung ihrer Mission zu unangemessenen Methoden wie Täuschung und Zwangsmitteln greifen, verraten sie das Evangelium und können anderen Leid zufügen. Über solche Verirrungen muss Buße getan werden. Leider gab es solche Missbräuche. Und dazu ist dieser Kodex nicht falsch. Aber letztendlich geht es dann wieder in die total ökumenische Vermischungsrichtung durch Folgen der Aussagen, die auch in diesem Kodex, in diesem Abgesetzbuch also drinstehen. Und der Punkt 8 heißt es, Christen, Christinnen sind aufgerufen, sich zu verpflichten, mit allen Menschen in gegenseitigem Respekt zusammenzuarbeiten und mit ihnen gemeinsam Gerechtigkeit, Frieden und Gemeinwohl voranzutreiben. Interreligiöse Zusammenarbeit ist eine wesentliche Dimension einer solchen Verpflichtung. Zitat Ende. Da haben wir es wieder, ja. Interreligiös, zwischen den Religionen Zusammenarbeiten. Ja, wenn es so eng zusammenarbeitet ist, kann es nicht mehr wirklich missionieren. Sondern es ist ja schon auf der gleichen Ebene sozusagen jetzt angekommen. Und so wird es dann noch weiter hier ausgeführt. Ich kann jetzt nicht alles zitieren, ich wollte nur Beispiele nennen. Ja, aber die Evangelische Allianz arbeitet nicht nur mit dem Vatikan und Weltkirchenrat zusammen, sondern auch schon seit einiger Zeit, man höre, mit der UNO. Auch mit der UNO. Die Allianz ist ja ein sehr großer Verband mit Millionenmitgliedern und sie sind natürlich miteinander jetzt vernetzt. Und auch vordergründig gute Ziele. Es ist die Micha-Initiative. Man setzt sich ein gegen Welthummer, gegen Analphabetismus und solche Dinge. Aber man arbeitet zusammen mit der UNO, die ich persönlich nach meiner prophetischen Sicht als die große antichristliche Macht am Ende sehen muss. Ich kann es nicht anders sehen. Wo alles sich vereinigt auf politischem Gebiet. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich persönlich als Christ könnte da nicht zusammenarbeiten. Würde mich davon lieber absondern. Aber man hat auch hier keine Berührungsängste mehr. Aber das Problem ist, dass jetzt ein weitgehend soziales Evangelium herauskommt. Mitmenschlichkeit, demnächst ein Gutes tun, alles recht und schön. Ich habe da nichts dagegen. Aber wie sieht es aus mit Mission, mit Evangelisation im biblischen Sinne? Es geht schon so weit, dass sogar der Begriff Missionar abgeschafft werden soll. Sogar von evangelikalen Dachverbänden wird es inzwischen propagiert. Sie wollen nur noch kulturelle Mitarbeiter haben. Und Bruder Rudolf Ebertheus hat ein dickes und vielfach bekämpftes Buch geschrieben mit dem Titel zerstörerischen Wachstum. Darin nimmt der Ross und Reiter und viele Namen von Werken, die schon umgekippt sind, in dieses soziale, oberflächliche Evangelium. Wo nicht mehr die tiefe Bekehrung da ist. Sogar Kompromisse mit Koran und anderen Dingen. Er hat ja Dinge beschrieben. Ich konnte es auch kaum glauben, wo ich das alles gelesen habe. Wie weit das schon fortgeschritten ist. Man passt sich der Welt an, man will nicht mehr anecken, man will nur noch Harmonie. Und das ist genau das, was der Antichrist dann gebrauchen kann. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Wie sanft, wie schön, wie harmonisch. Und wir sind die Friedensstörer, die bösen Feinde des Menschengeschlechts, so wie es damals schon im römischen Reich war, wo die Christen noch verfolgt wurden. Merkt ihr, wo es hingeht und warum wir uns in einer guten geistlichen Weise ohne Überheblichkeit, aber in einer guten geistlichen Weise absondern müssen von solchen Strömungen. Wie gesagt, viele, die in Allianzgemeinden oder in der kommunikischen Gemeinde sind, wissen das nicht. Die einzelnen, wir publiken ja schon durch, wenn ihr nicht die Hintergründe kennt. Aber von den Dachverbänden her wird da ganz massiv daran gearbeitet, an dieser Welteinheitsreligion. Und jetzt verstehen wir vielleicht besser, warum die Schweizerische Evangelische Allianz erstaunliche Beschlüsse fasst. Es gab zum Beispiel im Jahr 2009 eine Initiative von Minarettgegnern. Die haben eine Volksinitiative in die Wege gebracht, dass die Moscheen in der Schweiz, sehen Sie auch schon tausende, genau wie bei uns, zumindest keine Minarette bekommen dürfen. Wo der Muinzin da herunterruft, Allah ist der Größte und Mohammed ist sein Prophet, ja so ähnlich. Es gibt ja auch in Deutschland schon in manchen Städten, dass das auch schon ausgetönt wird. Nicht mehr Glockenläuten, sondern dieser Muinzin-Ruf. Und was hat die Schweizerische Evangelische Allianz gemacht? Hat sie sich auch hinter diese Initiative gestellt, Minaretti zu stoppen? Nein, sie hat gesagt, wir dürfen ja nicht so intolerant sein. Wir empfehlen diese Initiative nicht. Wir empfehlen also, im Grunde haben sie sich dafür eingesetzt, dass Minarette gebaut werden. Das verstehen wir nur, wenn wir wissen, was da alles schon am Laufen ist. Wie man im Gespräch ist mit Moslems, mit Hindus und mit allem. Und sie ja nicht verärgern will, die große Toleranz. Wie gesagt, wir wollen unseren Nächsten lieben. Wir wollen auch Menschen lieben, die noch keine Christen sind. Aber gerade aus Liebe wollen wir eben noch das Evangelium sagen. Wir retten die Botschaft, dass Jesus Christus der einzige Weg ist zum Himmelreich. Dass keiner gerettet werden kann ohne Jesus Christus, den Sohn Gottes. Und warum wird es in vielen Kirchen heute nicht mehr ernst genommen? Die Bibelkritik hat den Glauben zerstört, schon im Studium. Ich habe selber miterlebt bei manchen Studienkollegen, Kolleginnen, wie der Glaube immer weniger wurde, bis sie dann ganz abgefallen sind. Und dann sind sie trotzdem Pfarrer oder vielleicht sogar Pfarrerinnen geworden. Obwohl es das laut Bibel gar nicht gibt. Aber so sieht es eben aus. Und deshalb ist so wenig geistliche Kraft noch in unserem Land. Und wir bräuchten dringend eine neue Erweckung. Eine Ungekehr wirklich zu Gottes Wort. Allein Christus, allein die Heilige Schrift, allein die Gnade, allein der Glaube. Das wäre die notwendige Erweckung und Umkehr. Wenn es der Herr noch schenkt. Wir leben aber in der Endzeit. Ein allerletztes Beispiel. Wir sind auch viele aus praktistischen Gemeinden. Deshalb möchte ich gerade an dieser Adresse etwas Warnendes sagen. Ich lese ein Fafor aus einem Artikel, den ich im Jahr 2010 veröffentlicht habe. Aus folgendem Anlass. Bundesbaptisten versuchen, Aussiedlerbaptisten zu integrieren. So habe ich es überschrieben. Und zwar habe ich es einem Dankbruch genannt. Wir warnen dringend vor der ökumenischen Vereinnahmung der Aussiedlergemeinden. Denn das ist die letzte Bastion, die noch halbwegs steht. Und die wollen Sie jetzt auch kassieren. Und zwar läuft es über gewisse Brückenköpfe. Zum Beispiel die südlichen Baptisten in den USA. Da gibt es noch manche guten, aber auch manche schlechten Dinge. Die haben hier gewisse Brückenköpfe in Deutschland. Zum Beispiel ein Bibelseminar in Bonn und auch gewisse Verlage, die früher klarstanden, aber inzwischen auch auf einem Janskurs sind. Und auch Aussiedlerverlage, ich erinnere an den Bund draufgesinnter Gemeinden, zum Beispiel, die schon sehr verwelklich und angepasst sind auch an hiesige Fehlentwicklungen. Und nun stand damals zu lesen im Jahr 2010 in der Zeitschrift die Gemeinde von den hiesigen Baptistenbund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden. Ich zitiere, die Baptisten in und außerhalb des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden, haben einen Schritt aufeinander zugetragen. Der Rektor des überwiegend von baptistischen Aussiedlern aus der ehemaligen Sowjetunion getragenen Bibelseminars Bonn, Heinrich Derksen, regte ihn einen Grußwort zum Auftakt der BEFG-Bundesratstagung vom 6. bis 8. Mai in Kassel an, zwischen beiden Gruppierungen Brücken zu bauen. Aber, versteht ihr, ich bin grundsätzlich nicht dagegen, wenn die Sache in Ordnung ist, ja, aber da steht natürlich mehr dahinter. Er regte an, Brücken zu bauen und die Zukunft gemeinsam zu gestalten. Die Tagung steht unter dem Motto, verbunden, gemeinsam dienen wir dem Herrn. Ja, wie schön das alles klingt. Dieses Motto könne er von ganzem Herzen zustimmen, sagte Derksen. Zwischen Teil bei mir, er vertritt ja nicht alle Aussiedler. Es gibt ja auch bei Aussiedlern ganz verschiedene Dachverbände oder Zusammenschlüsse oder auch ganz unabhängige Gemeinden. Meine Meinung, man kann die Aussiedler-Baptisten vor den überwiegend ökumenisierten und verwelklichten einheimischen Bundespartisten nur warnen. Viele wissen das selber, auch hier in unserer Stadt, ja, wie da die Unterschiede sind. Aber weiter. Derksen, ein Russlanddeutscher, meinte, dass sich die Aussiedler-Gemeinden in der Vergangenheit falsch verhalten hätten, weil sie meist nur ihre eigenen Gemeinden im Blick gehabt hätten. Sie hätten damit gegen das hohe priesterliche Gebet verstoßen. Aber es hat schon gehört, Johannes 17, dass alle eins seien. Da haben wir es wieder, der meistens brauchte Vers. Sie hätten damit gegen das hohe priesterliche Gebet verstoßen, in dem Jesus Christus seinen Nachfolger um Einheit bittet. Denn unter den rund 450 baptistisch oder männernittisch geprägten Gemeinden in Deutschland mit ihren 120.000 Gottesdienstbesuchern gäbe es ein Dutzend verschiedener Gemeindebünde. Doch über die Hälfte aller Gemeinden seien völlig unabhängig. Ich sage mal, es ist wie schrecklich in seiner Sicht, ja, aber wie gut in Gottes Sicht. Und dann sagt er noch, Aussiedler haben sich in der Vergangenheit unnötig isoliert und distanziert, bedauerte Derksen. Sie müssten eine neue Sichtweise entwickeln, gerade auch angesichts der missionarischen Herausforderungen. Deutschland ist ein Missionsland. Das Land der Reformation braucht eine geistliche Erweckung und Erneuerung. Es gelte alle Möglichkeiten, der Evangelisation zu nutzen, meinte Derksen. Und ich kann dir vielleicht sagen, natürlich auch pro Christ mit dem ganzen Modernen, was da läuft, ja, mit Rockmusik und so weiter. Dringende Warnung von meiner Seite. Die russlanddeutschen Baptisten sollten sich nicht an die ökumenischen, bibelkritischen und weltangepassten Bundespartisten anschließen. Kannst du das nochmal wiederholen? Das ist nicht überall Gleichstellung, ja. Nicht, dass ich der Pauschalisierung jetzt hier angeklagt werde, aber viele wissen, dass das tatsamer ist. Leider hat es die Evangelische Allianz geschafft, die Aussiedlergemeinden zu spalten, in einem bibeltreu konservativen und einem weltoffen liberalen Flügel. Das beschädigt sich auch im folgenden Zitat. Eine gewisse Polemik hier von Derksen kommt. Und jetzt, der sagt, die Baptisten im BEFG riecht Derksen auf, falsche Klischees über Aussiedler aufzugeben. Nicht alle Aussiedler sind Schulverweigerer, nicht alle Aussiedler tragen Röcke, haben große Familien und fahren einen Mercedes, so zu Derksen wörtlich. Und selbst wenn dies so wäre, seien dies nur Nebensächlichkeiten. Mein Kommentar, das ist es gerade nicht, denn das Äußere spiegelt das Innere wieder. Nun, derzeit zufolge gibt es unter den Aussiedlern derzeit einen Umbruchsprozess. Viele suchen nun stärker die Gemeinschaft, etwa bei gemeinsamen Predigerkonferenzen, zusammen mit den südlichen Baptisten aus den USA. Demnächst findet auch wieder eine Stadt, das hat sicher einige gute Referate, aber grundsätzlich dient es auch zur ökumenischen Vereinnahmung. Und ich möchte noch mal sagen, russlanddeutsche Geschwister sollten aufpassen und sich von der endzeitlich unterwanderten Allganz und Ökumene fernhalten mit diesen Dachverbänden. Der Fisch fault vom Kopf her. Und so ist es auch mit den Dachverbänden. Ich empfehle keinen Dachverband, sondern, wenn schon einen Zusammenschluss, dann ein Netzwerk ohne Papst oben, ohne Generalsekretär, ohne irgendeinen Führer, der alles dann bestimmt. Und wenn der selber nicht mehr biblisch steht, so wie etwa der Papst in Rom, dann wird alles mit hinuntergezogen in die Abwärtsbewegung. Das ist die Gefahr von Dachverbänden. Deshalb empfehle ich, so wie wir es auch machen, eine Netzwerkstruktur, wir haben einen Kontakt mit der Gemeinde, dort und dort und dort, ja, freundschaftlich, aber es ist nicht so, dass irgendwo eine Zentrale ist. Zumindest auch das Problem mit der Politik, der Brüsseler Zentralismus, das Rollenhammer-Europa-Wahn, ich hoffe, ihr stimmt richtig ab, gegen diesen Zentralismus. Es ist schlimm, wenn ein paar Köpfe über alle 500 Millionen Menschen stimmen können. Und genauso ist es auch mit den Dachverbänden in den Kirchen. Also, Netzwerk, Gemeinde hier, Gemeinde dort, aber kein Dachverband dort, der alles lenken kann. Das ist die große Gefahr. Und deshalb läuft so viel schief auch. Und wenn dann eine Gemeinde kippt, oder wenn eine Gemeinde verfolgt wird, muss noch nicht die andere Gemeinde ausscheinend betroffen sein. Das ist auch viel beweglicher, ja, und flexibler, gerade wenn auch Bedrängnis und Verfolgung kommt, oder auch wenn Verführung kommt. Wenn die eine Gemeinde umgekippt ist, geistlich, steht es die andere womöglich dann immer noch, weil sie nicht vom Dachverband her allesamt mit hinabgezogen werden. Deshalb haben wir ja gesagt, ich habe es am Anfang betont, dem Heiland treu, der Bibel treu, Allianz und Ökumene frei, aber mit allen wiedergeborenen Klösten, mit wirklich allen lebendigen Kindern Gottes in herzlicher Liebe verbunden. Das ist unsere ökumenische Sicht. Und so wollen wir auch beide auf dem schmalen Weg bleiben und dem Herrn Jesus nachwandeln, bis er kommt in Herrlichkeit. Amen. Amen. Ich möchte euch bitten, euch zu erheben zum Gebet. Geliebter Herr Jesus Christus, du bist der Sieger, auch über alle Endzeitmächte. Und wir danken dir, dass du uns hindurchbringst, auch durch diese Zeit, wo so viel Verführung und Vermischung ist. Schenk du auch uns Gnade, dass wir uns nicht verführen lassen. Und wo Menschen schon hineingezogen wurden, in die babylonische Religionsökumene, da reisen auch viele heraus. Rette noch, was sich retten lässt, Herr. Und lass auch uns Lichter sein, für dich in dieser dunklen Welt. Amen. Amen. Ich bin in den Platz. Vielleicht können wir noch ein Lied singen, oder es ist schon zu spät, ich weiß nicht. Ich wollte heute noch ein bisschen länger noch Fragen beantworten, und wer da bleiben kann. Wir singen noch ein kurzes Lied und sagen noch ein Schlusswort, wer gehen muss, aber wer will, kann da noch da bleiben. Also Büchertisch, ja, ich weiß noch, Büchertisch nicht, Thomas. Hat jemand einen Liedvorschlag? 129. 129. 129. 129. Amen. Amen. Amen.